Hallihallo, hallö, mein lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu ARK, unserem kleinen Special, das Aufnahmeritual vom Jan. Ja, wieder mit dabei sind die üblichen Verdächtigen, der Geiserich, der Dynamo, der Noxi, der Satschen, der Nero, Jan, Janik, Olli, wo waren sie es alle jetzt? Ich kann sogar doppelt, also danke. Und ich da abgeleitet waren, ne? Und jetzt sind wir, wir stehen hier immer noch in dem scheiß Labyrinth drin und Geiserich muss jetzt mal leiden, sonst wird das ja nix. Okay, dann alles mir nach. Hä? Ach, Tag, äh. Ah, äh, warte mal, lecker. Wer reiner macht, freut sich, du würdest den Pinyet freigeben, dass ich mal weitermachen kann? Nein, Noxi. Hm, äh, warte mal, lass mich mal zurück zum Eingang, damit ich den Ausgangspunkt hab. So. Hier längs, einmal hier rum, dann hier. Ja. Okay, das find ich ja gar nicht. Kreis. Alter, ist noch da? Ja. Wer ist noch da? Das machen sie gut. So gut. Oh, komm mal hier. Oh, komm mal raus. Komm mal raus. Hallo. Ja, hier im scheiß Block hier fest. Geh weg. Äh, spar dir Dämonen. Ich wollte doch mal probieren. Nero. Ja? Ja, ich fäng hier in dem scheiß Bereich hier fest. Ich würd' dir mal weitermachen. Okay, äh, ich komme sofort zu dir, Noxi. Mit dir fang mal an. Was, wie, wir müssen... Wirst du uns jetzt hier warten, oder was? Ja, der Noxi ist da ganz schnell durch. Ich bin eh schon durch. Noxi ist immer durch. Erstmal durch die eine Tür hier. Noxi war schon immer... Noxi war schon immer durch. Das heißt doch nicht, dass er gleich bevorzugt haben muss. Onkel? Der Schrank ist leer. Der hier ist voll. Haben wir dein Feindes. So. So, auf jeden Fall erst mal danke, Geiserich. Das hast du letztes Mal auch durch, oder? Ja, nur da waren wir zu spürt. Hast du, ich schwimmt allerdings. Egal. Wie bist du da auf den Schrank gekommen? Einfach hochgesprungen. Ähm. Ja. Wundervoll. Also ich hab hier noch die Haken. Weißt du, die beiden, ne? Fast richtig. Fast richtig. Alter, was hast du denn da für eine Panzer? Ja. So. Ähm, gib mir mal zwei von den Haken ab. Noxi? Ja. Und los. Was für ein langer Rohrzeug. Bitteschön. Fünf. Auch gut. Och nee. Och nee. Ach komm. Ja. Ja, zum Glück hab ich die Zuckerstange, weißt du. Was ist ein höheres Level als die? Beschwer dich nicht. Was? Man lässt nichts zurück, was eine nutzen kann. Lass uns den Schrank mitnehmen. Ja, guck mal. Gemeinsam könnt ihr den Schrank werfen. Mehr kann ich da ja nicht tragen. Ich bin auch schon am Limit. Soll ich vielleicht den Fallschirm mal wegfahren? Nein, behalt den! Und der wiegt auch nichts. Ich glaub, der war relativ schwer, oder? Drei Kilo. Muss man den Fallschirm eigentlich in der Schnellleiste unten drinnen haben? Oder kann der reichstätten? Ja, fairer Faxi, hier raus. Und ich hab noch keine Erfahrung. Boah, Alter, ernsthaft! Nein, alles gut, alles gut. So, wo ist der, ähm... Quick, 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 quick. Ich würde dich eher nochmal dran erinnern, dass es auch, äh, was Zeug im Tresor gibt, glaub ich. Ja, in welchem Fall gebrauchen könntest. Nö, war nicht so. Oh, es gibt diverse Utensilien, die ich gerne mitnehmen würde. Ja, nimm sie mit. Hat zufällig noch jemanden, äh, hier, Advanced Pistol Bullets? War für mich? Nein, ich hab nur zwei Scharfschützenpatronen. Ich steh auf dem Schrank. Oh, die Freude ist groß für den nächsten Raum. Hier, 50, hab ich noch 37. Ich muss erst mal lernen, ich hab drei Kilo mit. Ich verspreche euch nicht zu viel, aber es werden Leute sterben. Das hast du jetzt schon fünfmal gesagt. Der Dynamo ist immer noch der Tod. Aber diesmal... Ich nehm mich gar nicht an die Leine. Wenn diesmal keiner stirbt, dann stirbt ihr durch mich. What the fuck? Ja! Ja, schon ein bisschen gegen die Wettläge, oder? Nee, es müssen Leute sterben. Es geht einfach nicht. Ich bin doch jetzt auf genug gestorben. Ich bin jetzt einmal für alle gestorben. Jetzt ist auch mal gut. Das reicht nicht. Es wird Zeit, dass ein Onkel stirbt. Halt die Fresse! Ich ging die letzte Male hart ins zweistellige rein. So, Noxi. Rechts, links, links. Nein, nein, zurück, zurück, zurück. Was? Ich will dich zu den anderen lotsen. Was? Warum? Warum mag der denn nichts? Ich tu den die ganze Zeit abschießen da oben. Schaut aus, schaut aus, schaut aus, schaut aus. Friendly Fire ist aus. Schaut aus, links, 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 links. Nein, andere Richtung. Andere Richtung, andere Richtung. Mann, denk doch mal an die Verzögerung. Lalalalalalalala. Ja, weiter, 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 weiter. Ich riech' gut Wurst. Geiserich, hast du noch Granaten? Geiserich, hast du noch hier geblieben? Wetzel! Nein! Der Admin hat dich gerade übertönt. Brauchst du noch Granaten? Geiserich? Ne, ich hab noch 10. Ich habe auch noch 10. Ich hab noch 3 übrig, die ich losseite. Wie viele liegen denn hier? Das ist ja widerlich. Na, wenn du es willst, kannst du mir gehen. Sowas aber auch. Searchen, searchen. Ne, ich hab da ein... ... ... das von... ... das, wunderbar. Darfst du auch mal. Pass mal kurz drauf auf. Äh, ja? Versuch's. Ja. Huch. Huch. Oh, trägt dann wahrscheinlich den Titel Warten auf Noxi. Ja, ich steh direkt vorm Tor. Geiser. Hallo. Guck mal hier. Bro, hast du den jetzt so lang gebraucht bisher? Ich hab euch jetzt was mitgebracht. Wuhu! Wuhu! Hey, wuhu! Toll. Okay, das reicht. Ich nehm den Noxi jetzt an die Leine. Nein, ich hab 20 Kilo Rauchgrad. Das muss sein. Oh, ja, nimm den an die Leine bitte. Wieso hat denn der jetzt so lang gebraucht, der Noxi? Was? Ey, ich stand die ersten drei Minuten einfach nur hinten rum. Keiner hat mich den Scheiß-Tür aufgemacht. Ähm, ja, der Nox hatte eine Spezialaufgabe. Was? Du hattest gerade eine Spezialaufgabe, ja? Was? Wo? Das war ein anderes Ende. Aber, ja, das Einfachste von den anderen. Äh, aber natürlich, wie wir gehofft haben, seid ihr alle an einem alternativen Ende gelandet. Was? Was letztes Jahr das Finale war. Äh, 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 äh. What? Äh, ja? Ich würde sagen, wir lassen das so aus, ja? Genau, ich hoffe, ihr seid eingedeckt. Äh, ich sag das so. Ich zieh mich gerade noch um. Aber nicht nackt. Nee, bitte nicht. Nackt. Was denn sonst? Er zieht sich um und nicht aus. Hast du deine Krätze wieder? Kann ich da abhauen von dem? Ja, äh. Äh, was passiert? Was ist so? Hey, lass mich raus. Achso, ich stand nicht drauf. What the fuck? Alter. Hallo. Hallo. Hast du mich mit? Nero, will den Quilch aus dem Rollo? Ja. Können wir wieder den Quilch aus dem Gesicht nehmen? Ich hab, ich hab Federn im Mond. Äh, Nero, hörst du mal? Sagst du dem mal, dass er dir nicht mehr folgen soll? Äh, ja. Das wäre schön. Äh, ja. Äh, ja. Da, 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 da. So, äh, ja. Die Näh. Der Volkowodruck. Da war halt auch weg. Die Näh. Ein kurzer Ausländer. Die nächsten Konsorten sind. Ein. Ah, ab. Okay, der folgt immer noch. Ja, la. Der will gar nicht, der hat Gott. Der will aber nicht. Da, mach. So, jetzt. Okay. Einem Part lang in diesem Raum aufgehalten. Die nächsten Konsorten sind rot glühend und, äh, ja, ich sag mal. Angepässt. Ein rot für Spaß. Rot-Grün? Allemann rein in die Arena. Dö, 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 dö. Ich warte mal draußen, bis alle mal drin sind. Bitte. Alle rein, sofort. Ja, das ist doch ohne Erinnerung. Wow, was ist das? Warum lockt ihr uns den direkt an die? What the fuck? Wo kommt das Sarko her? Das Sarko ist weg. Ja, gut, dass ich den jetzt hier anlieb. Äh, ja, der Olli müsste mal auf den Fiesen da einfach so rumstecken. Ja, ich gucke nicht mal hier du. Hallo, danke. Oh, 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 danke. Meine Schuhe sind kaputt. Erst tot. Oh, kommt schon. Das ist neune. Alando. Wer schmeißt sich da die Granaten ausgesicht? Schade. Schade, dass sie so backig sind. Können wir nicht noch ein? Und dann aber. Mit Interessanter wird? Komm, wir mal rein. Doch, der Wert recht ist, ich weiß, du ja, wirklich. Werf mal ein Rund, mach mal mal. Mach mal mal. 3 rein. Mach mal mal. Nur 5 rein. Na eins? Na eins? Ja, 1,20. Ich hab da eine 1. Boah, ja klar. Warum geht der nicht recht auf mich? Bitte, lass endlich Leute sterben. Oh, ein Raketenwerfer. Wie interessant. Ich weiß nur, letztes Mal bin ich dadurch gestorben. Unglücklicherweise. Der tritt mir gerade auf dem Gesicht rum. Der hat sich gegen eine Tür gestreht. Ich krieg keine Fußmatte. Oh Gott, ich bin gleich tot. Bitte, bitte. Ich bin doch nicht tot. Was? Ist keiner gestorben? Die Leute halten mir sowas so unglaubwürdig, ey. Wahnsinn. Du bist so, ohne Scheiß, du bist ein bisschen unfähig als Atmen. Zum Glück, wenn ich der Atom wäre, hätte ich 120 T-Rex gehabt. Hätte nur Level 1. Ach, sie. Und was war das gerade Level 1? Gott, ich brauch ein Stück Mett, ey. Ich denke an Flucht. Ich denke an Flucht. Ich komme raus. Freiheit. Ernsthaft? Nein. So, okay. Okay. Brauchst du eine Hose? Ja. Bleib mal stehen. Hier. Danke dir. Das Vorhinsen ist offen. Hallo? Ja. Hey, was ist denn das jetzt? Hey, so haben wir nicht gewettet. Oh, scheiße. Da haben wir euch aber dran gekriegt. Ja, ey. Die Halbzeit. Warte mal. Okay, das. Warte mal. Halbzeit erreicht. Verarscht? Ja, die Halbzeit erreicht. Und ihr ruft noch nach mehr, Thion. Hier liegt die Info drin. Haha, verarscht. Wisst ihr, das ist mit der Halbzeit. Und ihr ruft hier schon in der ersten Hälfte nach mehr Tieren. Oh mein Gott. Nein, Kinders. Doch. Oder? Das war wohl der falsche Ausgang. Naja, wir sind ja nett und geben euch noch einen Versuch. Was? Hä? Wie, falscher Ausgang? Wie, falscher Ausgang. Geht mal weiter. Ja. Ich bin auf dem Weg. Nein, nein. Ich will alle einfach da bleiben, wo ihr seid. Aber das ist doch der falsche Ausgang. Wie wär's mit dem Hintergrund, äh, der Hintergrund-Story? Welcher Ausgang, wie, was, welcher, was? Das war mal als Scherz gedacht. Das Labyrinth hat, hat drei Enden. Ach so. Ach, das Labyrinth. Ja, das Labyrinth hat drei Enden. Der Noxy hat einen gefunden, ihr dann noch einen. Äh, aber den wirklichen Finalausgang habt ihr nicht gefunden. Ja, also wir zurück, oder nicht? Geil, sag ich. Was machst du mit uns? Das dauert mir zu lang. Das war Anweisung von ganz oben. Ach, das war Anweisung von oben, dass er uns den falschen Eingang führt. Aha. Ah. Okay. Ich werde entführt. Er ist schon, dass wir jetzt rübergeportet haben. Wurde. Er ist eh nicht in der Lage, so schön was zu finden. Er reicht die kostenlose Welt. Wie ne Maja? Ähm. Der Weihnachtsmann-Pasta. Wattel, die Antworten zahlt um 24 zu 12. So, ab geht er. Er sagt, das... Äh, Nero, war das richtig? Du musst mir das sagen. Bitte? War die Antwort richtig? Nein, 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 nein. Die, ähm, normalerweise müsste es draufstehen. Die Antwort ist ein Buchstaben. Und ihr müsst diese Buchstaben noch in Zahlen umändern. Und das ist der Code für die Tür. Nera ist ständig kostenlos um die Welt. Ständig. Vogel. Jo, vier Buchstaben. Vogel. Naja. Vogel. Ich wäre für Zeit, also, äh... 26, äh... Nee, es geht aber um wer und nicht was. Stimmt. Ach, wüsste was. Warte. Äh, Attacke. Äh, wo kommen die Grappling-Hooks her? Ich hab dir gesagt, du darfst hier keine Grappling-Hooks verteilen. Was denn? Die waren da drin. Ja. Nicht wundern, Leute. Ja, ich geh wieder zurück. Der Geräusch war gerade... Alter, Ernst. Ey, du Ohrschatz, müsst ihr gerade oben festpacken. Das Spiel stürzt ab. Komplett von der Festplatte gelöscht. Warte mal, ist das hier drinnen vielleicht, ist das hier drinnen vielleicht ein Hinweis? Aber das ist ja Quatsch. Wer reißt, es könnte das da um die Welt, ähm... Ja, kann vieles sein. Nero. Nero. Aber vier Buchstaben, ne? Maya. Wie eine Maya, ja? Warum denn? Nein. Geht ja noch nicht um die Welt. Luft. Ja, das könnte sein. Aber warum? Nero. Raucher-Hust ist so lang, Nero. Ich rauche nicht mehr. Lange nicht mehr. Wer ist so Nero, will so auch reinkommen. Ich will auch reinkommen. Du auch reinkommen? Wie wandelt man das denn in zwei? Ich habe ein Loch in die Decke gemacht. Naja, A ist 1, B ist 2, B ist 3 und so weiter. Was hast du denn für ein Wort, was du umwandeln willst? Ja? Ich wollte nur mal empfragen. Achso. Ja gut, das muss ja auch im Endeffekt passen, ne? Also theoretisch könnte man ja annehmen, dass es ein Wort sein muss, was Buchstaben von... Eins bis neun haben. Richtig. Ähm, ich versuche es mal. Aber es ist die 265.920? Was? Alter, das Ding hat nur vier Zeilen. Ja, aber Buchstaben in Zahlen umwandeln wäre... Ja, 264.000, schlag mich tot, das ist Zeit. Ja. Nee, 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 nee. Das muss ja Zahlen von eins bis neun sein, damit es auch im Endeffekt auf das Pad passt. Ich glaube, dann wäre hier eine... Wo gibt es hier einen Pest? Hier gibt es kein Pad. Dann wäre hier eine... Eben, wir müssen Nero die Antwort sagen und dann sagt er ja oder nein und dann wird die Tür geöffnet. Also das heißt... Der Nero ist der Rätselmeister. Eure Logik geht gerade nicht auf. Achso. Ja gut, dann habe ich das falsche Stande. Ja gut, ist es die Zeit? Du musst doch eine Zahl sagen. Das, was ich eben gesagt habe, ist das richtig? Nero? Nero? Der haut einfach mal ab. Das ist der Kacken, das ist der Rätsel war. Oh Mann, ey. Gereckter Typ. Er ist morgens halb zwei und der geht erst mal kacken. Das kann jetzt mal der Rätsel sein. Nero! Alter, das ist toll, ist der Drucker. Einmal mit Profis. So, der zweite Raum, mit dem wir den restlichen Part feststecken. Ist der ernsthaft weg? Ja. Ja. Das ist doch echt der Drucker gerade. Das kann ich jetzt wohl nicht wahrsehen. Alle eskalieren. Da ist er. Hallo. Ja, Ruh. Der hat sich aber eben bewegt. Ist doch jetzt nicht warm. Hallo? Die Mauern müssen weg. Okay, warte. Verballert die Dinger nicht. Die Lämmo, die können wir noch gut gebrauchen. Ja, aber eh bloß noch einen. Ja, dann ist doch gut so. Das ist wenigstens eins, was wir noch haben. Können unsere Rettung sehen, das erinnert euch. Nero, warum bist du so sprachlos? Das ist doch echt das war, ey. Ja. Ich rufe die gleich an, ob er da am Kacken ist. Deine Antwort hat ihn sprachlos gestimmt. Er ist gerade am Nachrechnen. Oder ist er ein Kind? Ja, tut mir leid, Leute. Ich wollte sagen, wir sind jetzt eh bei 19 Minuten. Jo, genau. Ich würde sagen, wir haben mal einen kürzeren Part, weil Nero kacken ist. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis denn. Ciao. Bis gleich. Tschö. Da ist er. Tschö. 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 Tschö.